Ey, mein Haus war schon da hinten, gell? Oh nein, mein Haus... Lava! Wo bist du denn bitte? Hä, wo ist mein Haus? Nein! Nein, 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 nein! Wo bin ich denn hier? Eiße! Nein, ich hab jetzt nicht mein Haus verloren. Willkommen Freunde, heute wieder zurück in meinem Microsoft-Bild. Leo ist natürlich auch wieder dabei. Und wir gehen jetzt... Also ich bin ja in der letzten Folge im Nether gegangen. Und ich wollte euch noch mal ein bisschen Informationen geben, Freunde. Ähm... Dieses Projekt ist ja eigentlich ziemlich geil. Und ich wollte euch noch mal dran informieren. Es ist so... Es gibt in dieser Folge... In der vierten Folge... Also in der vierten Folge... Heute ist die dritte, also in der nächsten Folge... Wird es so sein, dass man sich nicht schlagen darf. Also es wird heißen, die Folge wird wahrscheinlich Friede heißen. Also das heißt dann so... Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Man darf... Also... Leo darf... In meine... Ähm... In meine... Nicht in meine, sondern... Darf in die Hölle rein gehen. Und ich darf ihn nicht schlagen. Da kann er aber auch... Da kann er aber auch jederzeit... Kann er ähm... Sagen, bitte... Ähm... Bitte mir nicht folgen. Das war ein bisschen leise gemacht. Bitte mir nicht folgen. Ähm... Ähm... Das kann er jederzeit sagen. Ähm... Ich will fahren, weil sonst würde ja Leo glaube ich nie in meine Welt reinkommen. Um selbst mit mir zu freuen. Fert ihr es? Gott. So... Ich hol mir mal... Oh... Ich hab ja gar keine... Pick-up... Oh mein... Ist es Gold? Gold... Er ist okay. Oh... Ne Goldspilzacke... Wo ist die eigentlich? Die ist schon weg. Goldspilzacke lohnt sich gar nicht. Was? Ich hab gar kein Holz... Ey, wir müssen schlafen, ne? Ich hab... Doch, ich hab drei Holz. Dann mach ich mir gleich mal die Sticks. Ähm... Ey, wo du mal auskommst? Und jetzt hol ich mir erstmal ne Steinspilzacke... Hey, ich hab doch einen Stein, oder? Ich bin zu armen, du musst mir Kohle holen. Hä? Ich hab doch Stein, oder? Ach komm... Weil der einfach besser ausgerüstet ist, als er sich... Was? Ich kann Stein das nicht... Warum muss mir erst ne Holzspilzacke machen? Oh mein Gott. Ich hab doch einen Stein, oder? Ach komm schon. Das ist richtig kacke. Wieder ein cooles, endlich mal. So, eine Gold... äh, eine... Jetzt sauerde ich schon Gold. Rollstuhlzacke. Letztes Mal hab ich, weil ich hab mir die Folge immer angeschaut, Stein einfach mal so abgebaut. Ja, wieso ist so nicht schlecht? Du baust ja auch ein bisschen Stein. Apo, boah, ich will unbedingt das Metall. Ja, ey, ein... Mann, der sagt immer Metall, das riecht so auf. Ich bin gespannt, was diese Folge eigentlich noch zu Spanisch passiert. Aber, also nicht vergessen, in der vierten Folge geht's dann in Frieden. Nicht, dass ihr euch dann wundert, wieso kriegen die sich nicht ab, wenn sie genau vor der Nase will. Ach komm schon. Und wer hat die denn so nicht? Hallo, ich schaffe jetzt hier den Sprung nicht. Hä? Ja, komm wieder. Ich meine ganze Verkürzung. Ähm... Holz... Wie willst du rein? Stein, sehr gut. Stein, dann... will ich sagen, ich gehe auf... Suche. Von... Essen brauche ich ein bisschen... Hab ich keine Kohle, boah, ich bin echt so arm. Ich hab Kohle, ich hab keine Kohle. Da bin ich bisschen... Ähm... Auf ne Suche von einer... Von einer... Von einer... Ich kann voll weg. Ähm... Von dir. Von einer... Von einer... Von einer... Von einer Höhle. Weil... Also ich... Also ich muss mal hinten merken, hinter mir ist mein Haus. Hollgeil... Ist hier der... Wo ich glaube das ist die gleiche Höhle, wo du warst. Könnte es sein? Nee, weil da hab ich die Kohle abgebrochen. Doch, das ist die gleiche Höhle. 100 Uhr. Freund, schreibt bitte in die Kommentare, ob das hier die gleiche Höhle ist. Ach, ich muss jetzt. Ach, das ist eine goldene Kamera. Ach ja, ich wollte mir essen wollen. Sehr gut. Was gibt's hier noch so? Kann ich jetzt eigentlich den, ähm, schwarzen Obsidian anhalten? Als kurzes Küche. Sechs Kohle gefunden. Oh, scheiße. Äh, mein Haus war schon da hinten, gell? Oh nein. Lava! Wo bist du denn bitte? Hä, wo ist mein Haus? Nein. Nein, 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 nein. Wo bin ich denn hier? Weiße. Nein, ich hab jetzt nicht mein Haus verloren. Bitte nicht. Was? Mein Haus. Oh nein, da sind Diamanten und alles drin. Scheiße, Freunde. Ah, das ist eine kleine. Ah, gut. Da ist das Portal. Jetzt dachte ich schon hier. Ich hab meine geile, kleine, eigentlich mögliche Höhle verloren. Oh, hier ist eine große schöne Höhle. Komm jetzt. Oh Mann, jetzt hab ich mir vergessen, Fackeln zu machen. Das kann ich mir doch auch so schnell machen, oder? Sticks. Irgendwie ist es anders geworden. Was denn? Die Level. Die sind so unten. Die, ähm... Die Dings sind... Die, ähm... Die, ähm... Die sind irgendwie kleiner. Hä, nein. Was hast du denn? Hä, ich hab doch Sticks und... Das ist doch Kohle! Hä, was ist das für ein Feld? Ja, Metall! Das ist doch kein Metall, Mann! Das ist Eisen. Du bist so dummes Kind. Ja. Ich... Schau mal, ich hab doch Kohle hier, gell? Schau mal. Kohle. Okay? Nein, ich hab auch Sticks. Ich hab auch Sticks, oder? Ja. Wieso kann ich mir jetzt keine Ding machen? Ich hab doch Kohle. Du hast nicht alle Zutaten. Du hast nicht alle Zutaten. Ich hab doch... Boah, jetzt werde ich fast dringend von. Ich hab doch Kohle. Hä? Wieso geht das denn nicht? Hier ist doch Kohle. Das müsste zu viel Metall haben. Ich versteh das echt nicht. Ich versteh das echt nicht. Ich versteh das echt nicht. Ich hab doch genug Sticks. Hä? Och, wie... Mann! Ich versteh das echt nicht. Ich versteh das überhaupt nicht. Will ich gerade den Preis glauben, oder was? Och, hier ist erstmal eine fette Hülle. Die wollte ich mir danach. Weil ich halt jetzt nur nicht verstehe, wieso ich hier keine... Äh, wieso kann ich hier keine Fackel machen, aber... Egal. So drei da, glaub ich. Ah! Okay. Da muss doch hier wenigstens eine Farbe gehen. Wieso denn nicht? Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich aus. Schau mal. Ich hab doch hier... Ich hab doch Kohle. Was will der denn? Ich hab doch Kohle hier. Okay, jetzt versteh ich echt gar nichts mehr. Ich hab doch Kohle. Was... Was ist für ein Bug? Schaut mal zu, ich hab hier Kohle, gell? Wieso geht das denn nicht? Leo, sag mal, wieso es nicht geht. Weil das geht. Das ist doch ganz normal. Schau mal, ich hab hier sogar noch Kohle. Holzkohle hab ich jetzt sogar. Was? Geht's nur mit Holzkohle? Kann man eine Fackel nur mit Holzkohle... Ja? Kann man nur mit Holzkohle machen. Achso, nee, hier gibt's zwei Fackeln. Ja, Mann, Freunde! Oh mein Gott, hier gibt's eine Fackel mit Holzkohle, mit Fackeln mit normal... Was bringt doch eigentlich gleich. Was ist das denn? Vier Fackeln reichen mir. Toll. Achso, da ist normal noch Kohle. Die ganze Zeit umgekreisert. Holzkohle macht man ja im Ding. Durch oben. Oh ja, ach nee, du bist immer richtig schlau. Du bist immer ganzer schlau. Kann sein. Ist hier auch eine gute Hülle? Kann sein. Glaubst du sogar die, wo wir am Anfang in der Hülle sind? Oder? Ja, der ist immer ein Kalschwert. Ähm, Eisenschwert, mein Freund. Ähm, ja. Bist du eben dumm? Ich sag dir das 10 Mal oder... Jetzt? Okay, Freunde, passt auf. Jedes Mal, wenn das falsch sagt, klatsch ich ihm ein, okay? Nee, weil das ist fair. Aber das Eis ist richtig gut. Weil er nämlich die ganze Zeit... Ähm... Ich hoffe jetzt irgendwas nochmal falsch sagt. Ja, wo ist denn die aller Eis? Ähm... Ich hab hier aber auch echt nur... Das ist auch keine Scheide... Fette Höhle. Ich hab ja noch die... Eigentlich die fette Höhle gemerkt, oder? Ich wette, wenn... Bio findet irgendwann hier die Höhle und dann... Findet er sie und dann ist sie richtig gut. Dann ist da so Diamant und alles drin. Boah, sag ihm jetzt nicht wieder, dass er mein Haus verloren hat. Warum ist es doch hier? Also... Gut, dann bin ich... Was hab ich dann? Schau ich denn drum? Ja. Ähm... Ja, das ist eine gute Höhle. Schaut besser aus. Schaut das besser aus, oder? Egal, hier ist das... Nee, das ist genau die gleiche. Wie lang ist eigentlich die Folge schon? Oh, neun Minuten? Nee, die Zeit vergehen aber schnell. Ich freue mich schon auf die nächste Folge hier. Pfff, wie denn? Was ist das? Oh, du bist doch nicht meine Wille. Nee, bist du nicht. Ich bin ganz außen am Strand. Und ich weiß, wo du bist. Oh, hier gehst du runter. Bei der nächsten Folge kommt ich zu dir und gehe in den Net-Aportal. Weil ich... In den Net-Aportal sehr gut. Nein! Kann man auch die Squats mit dem Metall-Axt abwarten? Natürlich. Ja, wurde gar nichts gerade gemacht. Toll, da sehe ich ja selber nichts mehr. Ich habe mich vorbereitet für den... Ach ja, ich brauche Bogen, oh man! Brauche ich auch noch, ich habe gar keine Spinne. Nein, die muss in die Sperre die ganze Nacht durchschlafen, deswegen... Ich brauche Wolle dazu. Wir sind doch gar keine Monster. Ich brauche Wolle dazu. Du hast schon Hartz eingestellt, oder? Ja, natürlich. Oh, da ist noch richtig... Ein Sprung! Bei elf Minuten hört es ja immer genau auf. Also noch in zwei Sekunden... Nein, ich weiß nicht! Äh, Metall... Ja! Freunde! Hört zu, hört zu! Eins, zwei, drei... Aua! Ohohohohoho! Kleine... Mann, ich bin am liebsten so hochgekommen. Ich glaube, das hat jetzt mal hier gut getan, Freunde. Das hat gut... Oh nein, die Folge ist schon aus! Freunde, genau hier unten noch den letzten Scheiderbaum... Oh nein, das ist ja noch mehr! Okay, Freunde, hier haben wir auch... Nein, jetzt... Ich kann mich eigentlich nicht ganz... Nächste Folge Friede! Nächste Folge ist dann Friede, Freude, Eierkuchen, Freunde. Und genau. Oh, das ist richtig gut. Okay, wir sind eigentlich fast gleich ausgequält, außer mit dem Eisenschwert. Hier fangen wir, hier beenden wir die Folge noch einen schönen Tag, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.